Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video ist das Frage- und Antwort-Spiel, was ich mit Wagner gespielt habe. Das Interview, oder ja, das Frage-Antwort-Spiel ist in einem Interview entstanden, und zwar relativ spontan und relativ kurzfristig. Ich habe dann irgendwann gefragt, als wir ganz viel gekatscht haben, so, ey, wollen wir nicht mehr das Interview machen? Und dann meinte, jo, machen wir. Bumm, haben die Kamera aufgestellt. Und dann ging es auch direkt los. Ich teile dich ja nochmal, ich weiß ja nicht. Oh ja, auf das wird nicht gerade hinaus. Irgendwie erwarten sie hier. Also, wir haben uns eigentlich selbst beide ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte mal eure Fragen dabei. Lass uns starten. Und dann haben wir auch relativ fix angefangen. Wenn ihr euch ein bisschen wundert über das Layout, oder das Hintergrund des ganzen Interviewparts, ist Wagner selber gerade dabei, ein YouTube-Channel, sag ich mal, zu starten. Er hat sich ein Studio gebaut. Da kam ich anscheinend genau zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit, da an mit meinen Fragen und mit meinem YouTube-Channel und mit der Community hier. Ja, ziemlich cool. Dann sind wir im Prinzip beide zusammen ins kalte Wasser gesprungen, mit Arschbombe vorwab. Und ja, haben dann einfach geguckt, dass wir bestmöglichst das Ganze so durcharbeiten. Die Videos habe ich nicht großartig bearbeitet und geschnitten, weil ich euch keine Infos vorenhalten wollte. Da ist Wagner mit den Antworten sehr gut in die Tiefe auch gegangen. Und hat auch ein bisschen ausgeholt oder weitreichend erklärt, was ich hier auch sehr cool fand. Also hier sind auf jeden Fall viel Gold-Inhalten für jemanden, der ein bisschen mehr wissen will. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz ganz herzliches Dankeschön an Walter Wagner, der sich die Zeit genommen hat für uns, für mich, für die ganze Community und hat wirklich zwei Tage seine Firma stehen lassen, Dings liegen lassen für uns und hat sich wirklich 100% auf das Projekt hier konzentriert, was sehr cool ist. Und als Goodie hat er uns noch mit an die Hand gegeben, ein kleines Goodie. Und zwar gibt es für die Erstbestellung auf den gesamten Warenkorb einen 10% Gutschein. Den haben wir so genannt Mark Monetti 10. Das habe ich hier oben oder hier unten werde ich das mal einblenden. Gilt auf seinem eigenen Shop, den er hat. Der heißt oldieöl.de. Wird auch hier unten eingeblendet. Und wenn ihr Produkte habt oder irgendwie das das ganz interessant findet oder sowieso schon überlegt hat, die Produkte zu kaufen, dann hat er noch ein Goodie mit an die Hand gegeben, der die 10% auf den Warenkorb. Was mich sehr freuen würde ist, wenn ihr Anregungen bekommen habt, irgendwas gelernt habt, oder dadurch neue Fragen entstanden sind, die ihr gerne beantwortet haben wollt, kommentiert gerne das Video. Ich liebe ja Kommentare. Ich finde es immer super geil, eure Kommentare, eure Eindrücke, eure Erfahrungen zu lesen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Ganze hier mache. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr den Channel noch nicht abonniert habt, würde ich mir sehr über ein Abo freuen. Und wenn ihr findet, die Information war gut und ihr kennt jemanden, der ein bisschen mehr über Öl erfahren sollte, dann teilt auch gerne das Video. Wird mich auch sehr freuen. Und wenn ihr dann noch Bock habt, gebt mir einen Daumen hoch. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß für das Video. Ich hoffe, das Intro war nicht so lang. Und ich verziehe mich jetzt. Also, halt rein Jungs. Peace. Peace. Ich zeichne das mal kurz auf. Ich zeichne das mal kurz auf. So. Bei Erdgas habe ich 1C-Atom, CH4. Ja. Ja. 1C-Atom, 4H-Atome. So. Und letztendlich muss dieser Kraftstoff mit dem Luft, der Luft, beziehungsweise mit dem Luftsauerstoff reagieren, verbrennen. Ja. So. Wir haben in unserer Atmosphäre, haben wir O2, Sauerstoff, und wir haben N2, Stickstoff. Sauerstoff 21%, Stickstoff 78%. So. Und dieses Gemisch ist ideal. Warum? Wir haben ein sehr präzises Verhältnis und ideales Verhältnis für die Verbrennung. Mhm. So. Wir haben aber auch noch in der Atmosphäre, haben wir Edelgase. Edelgase von 1%. Mhm. Okay. Ja. 1%. So. Was passiert jetzt bei der Verbrennung? Das heißt, ich nehme jetzt den Sauerstoff, ich schaue mir den Sauerstoff näher an. Sauerstoff schaut als Molekularbild so aus. Sauerstoff hat eine Doppelbindung. Sauerstoff muss jetzt mit dem Kohlenwasserstoff eine Reaktion eingehen. Aber damit Sauerstoff eine Reaktion eingeht, muss mit dem Sauerstoff noch etwas passieren. Das heißt, so als Doppelbildung wird er keine Reaktion eingehen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was machen wir beim Benzinmotor. Ja. Wir bringen das Luft-Kraftstoff-Gemisch in den Brennraum. Und danach muss nur eins passieren, ich brauche ein Initial, damit die Verbrennung starten kann. Und wie mache ich das? Mit der Zündkerze. Mit der Zündkerze. Und dieses O-, das heißt, ich teile das. Und Sauerstoff wird mit dem Wasserstoff eine Reaktion eingehen. Das heißt, ich habe, habe, habe hier H2O. Das heißt, es entsteht bei der Verbrennung H2O. H2O ist Wasser. Ja. Ja. So, übrig bleibt hier ein Sauerstoff, ein weiteres Sauerstoffmolekül. Dieses Sauerstoffmolekül wird mit dem Kohlenstoff eine Reaktion eingehen zu CO oder, noch besser, CO2. Bei CO habe ich Kohlenmonoxid. Das ist eine ungeselligte Verbrennung. Und Kohlenmonoxid ist toxisch, giftig. Und Kohlenmonoxid werde ich auch bei der Abgasuntersuchung bestimmen. Ja. Das ist ein bestimmter Wert bei der Abgasuntersuchung. CO2 ist neben dem Wasser der Hauptbestandteil beim Verbrennungsabgas. Das heißt, CO2 wird letztendlich in hohen Mengen produziert. Das heißt, das Verhältnis liegt ungefähr beim Faktor 2,4. Das heißt, wenn ich jetzt 1 Liter Kraftstoff verbrenne oder 1 Kilo Kraftstoff verbrenne, werde ich in etwa 2,4 Kilogramm CO2 erzeugen. Ja. Und das ist natürlich eine sehr hohe Menge. Wenn ich rechne, ich verbrenne 1 Tonne Kraftstoff, produziere ich 2,4 Tonnen CO2. Ja. So. Und das alles ergebe ich natürlich in der Atmosphäre. Ja. So. Und das wäre natürlich ideal, wenn nur das letztendlich jetzt Wasserstoff, Entschuldigung, Wasser oder CO2 entstehen würde. Und nicht mehr. Nur habe ich jetzt bei der Verbrennung letztendlich auch eine unvollständige Verbrennung. Das heißt, ein Bruchteil, zum Beispiel sowas, wird einfach nicht verbrannt. Warum? Weil wir irgendwo keinen sauberen Abbrand haben, weil die Verbrennungszeiten relativ kurz sind. Ja. Dadurch werden wir im Abgas unverbrannte Kohlwasserstoffe finden, nämlich HC. Ja. Mit dem HC entwickelt sich RUS. Und das wiederum wird wieder bei der Abgasuntersuchung gemessen. Das heißt, ich messe CO, HC und RUS bei der Abgasmessung. Mhm. So. Was passiert noch? Ich habe ja auch in der Atmosphäre Stickstoff. Ja. Und Stickstoff wird auch eine Reaktion unter höheren Temperaturen bei der Verbrennung eine Reaktion mit Sauerstoff eingehen. Das heißt, es wird bei der Verbrennung NO erzeugt oder NO2 oder NO3 oder NO4, man spricht hier von NOx. Mhm. Und das wiederum wird auch bei der Abgasuntersuchung gemessen. Mhm. So. Das letztendlich. Jetzt haben wir hier mal den chemischen Ablauf der Verbrennung aufgezeigt. Wir haben bei der Verbrennung natürlich meines Erachtens ein Problem oder eine Situation, da wir sehr sehr geringe Zeiten haben, um eine vollständige Verbrennung zu realisieren. Ja. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel zu Beginn der Verbrennung an der Zündkratze eben eine Flammenfront aufbauen muss, die sich dann in den Brennraum hineingeht. Mhm. Das bedeutet, dass wir letztendlich unterliegt einen Zeitverzug. Das kann sein, dass dann eben bei der Verbrennung habe ich natürlich auch einen Druckanstieg. Mhm. Durch den Druckanstieg wird erzeugt durch den Stickstoff. Das ist durch das ideale Verhältnis zwischen Sauerstoff und Stickstoff werden wir eben die Expansion bekommen, den Druck bekommen. Ja. Der letztendlich den Kolben nach unten bewegt. Ja. So, jetzt habe ich natürlich eigentlich hier einen dynamisch veränderten Brennraum. Das heißt, sobald der Druck ansteigt, wird der Kolben nach unten gehen. Ja. Das heißt, der Brennraum vergrößert sich und es wird so sein, dass zum Beispiel an den tiefsten Punkten oder an den kalten Ecken keine vollständige Verbrennung stattfindet. Und das wird letztendlich trotz Hochdruckeinspritzung, trotz ideale Turboaufladung oder Sauerstoffzugabe immer noch nicht zu einer vollständigen Verbrennung. Mhm, ja. Und das Ziel ist es, in dem Fall jetzt eben mit den Kraftstoffadditiven zum Beispiel die Oberfläche zu entspannen, damit wir eine kleine Tropfenbildung haben. Mhm. Aber auch über einen kalibischen Wirkstoff die Verbrennung zu beschleunigen. Ja. Und das alles letztendlich führt zu einer wesentlichen effizienteren Verbrennung. Ja. Mit weniger Abgasschadstoffen und natürlich letztendlich auch mehr Effizienz, mehr Leistung. Ja. Das heißt, ich kann wirklich messen, dass hier letztendlich mehr Leistung kommt. Ja. So, und das wäre jetzt mal so im Groben ein Einblick in den Verbrennungsablauf. Ja. Und sicherlich hat die Motorenentwicklung in den letzten Jahren gigantische Vorstrecke gemacht, insbesondere mit der Hochdruckeinspritzung beim Diesel. Das heißt, ich kann den Diesel einfach in noch kleineren Tropfen oder in einem gasähnlichen Zustand bringen, um eine totale Verbrennung zu erzeugen. Aber der Faktor ist, dass wir trotz der hohen Verbrennung, also der hohen Einspritzdrücke in dem Fall, immer noch Ruß produzieren. Ja. Das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, dass wir trotz, sagen wir mal, der hohen Drücke, der kleinen Tropfenform, aber auch mit Turboaufladung, letztendlich keine totale Verbrennung erzeugen können. Weil sonst müssten wir keine Partikelfilter haben. Beziehungsweise auch dann die kompletten nachgeschaltenen Abgasrennigungsanlagen wären dann überflüssig. Und letztendlich geht es darum, die Kraftstoffqualität noch weiter zu verbessern. Um letztendlich einen totalen Durchbrand zu erzielen. Ja. Und dort geht es wiederum in der Form, in der ich hier mit einer höheren Qualität an Kraftstoffen komme. Ja. Das liegt natürlich jetzt im Konflikt mit dem Biodiesel, den wir beigeben. Biodiesel bei sieben Prozent. Biodiesel hat gegenüber dem Diesel einen höheren Flammpunkt. Dieser liegt bei etwa 65 Grad Flammpunkt und Biodiesel bei 100 Grad. Das heißt, ich spritze hier in den Kraftstoffgemenge ein mit unterschiedlichen Flammpunkten. Ja. Das bedeutet, ich habe auch unterschiedliche Reaktionszeiten. Ja. Und das letztendlich führt zu einer nicht vollständigen Verbrennung. Verbrennung. Ja. Und das kann man optimieren, indem man eben in Richtung Kraftstoffqualität geht oder eben ein, sagen wir mal, ein Multifunktionsadjektiv einsetzt, um die Verbrennung deutlich zu verbessern. Super. Ja. Kann man sich das so vorstellen, dass wenn man den Kraftstoff hat mit dem Biodieselanteil, auch wenn es eine homogene Mischung ist, dass sie aufgrund ihrer chemischen Struktur trotzdem ganz anders verbrennen? Ja. Also diese wirklich im Brennraum unterschiedliche Flammpunkte auch? Das wird so sein. Ja, das wird so sein. Ja. Weil wir unterschiedliche Kettenlängen haben. Und es wird nicht gleichmäßig homogen verbrannt werden. Ja. Okay. Und deswegen gibt es eben wiederum durch den Biodiesel-Eintrag oder durch den Biodiesel-Anteil letztendlich hier einen negativen Bild sozusagen bei der Verbrennung. Ja. Okay. Und das ist dann der Hebel im Prinzip anzusetzen, den Kraftstoff, die Wertigkeit und die Qualität des Kraftstoffes hochzusetzen. Absolut, ja. So. Das sind letztendlich so die Schwerpunkte. Plötzlich relativ einfach erklärt, um hier mal einen ganz kleinen Einblick zu bekommen, was wirklich passiert in einem Verbrennen. Was wird es noch für Ansätze geben? Geht es dann auch in die Richtung, die Sauerstoffvorbereitung oder die Lüftvorbereitung und Qualität auch zu verbessern, um eine bessere Verbrennung zu optimieren? Sicherlich. Man hat ja durch die Turboaufladung mehr Sauerstoff reingebracht. Ja. Aber es heißt immer noch lange nicht, dass der Sauerstoff mit dem Kraftstoff reagiert. Ja. Das heißt, jetzt beim Dieselmotor habe ich einen hohen Durchsatz an Sauerstoff. Eine große Menge Sauerstoff geht einfach durch, ohne dass die Reaktion mit dem Röntgenstoff eingeht. Und somit letztendlich hier eine Situation erzeugen, dass wir trotz allen idealen Voraussetzungen keine vollständige Verbrennung haben. Ja. Okay. Sondern das gilt jetzt letztendlich, wir haben letztendlich Aufklärungsarbeit zu betreiben, damit sich auch der Laie oder der jetzt hier unbedarft ist, letztendlich ein kleiner Entblick bekommen kann. Ja. Was wirklich passiert bei Verbrennungen. Ja. Das war jetzt eine kurze Erklärung von Herr Wagner über die, wie sage ich das jetzt? Über Verbrennungsablauf. Über Verbrennungsablauf, genau. Und ich fand es ganz interessant, mal gucken, was man noch so alles machen kann. Heute eigentlich mal so. Ja. Ganz entspannt. Ja, kalt. Tschüss. Hier, Alex hat auch gerade nochmal geschrieben. Mal gucken. Zwei Minuten noch über. Ja, das waren 15 Minuten, ne? Ja. Das ist natürlich gigantisch. Genau, so wie es aussieht, habt ihr es jetzt bis zum Ende des Videos geschafft. Ich glaube, das war auch eine harte Kur, aber ich glaube, ich hoffe auch für euch sehr unterhaltsam. Nochmal für alle, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Channel liked, abonniert oder teilt. Aber auch wirklich immer kommentieren, was für Erfahrungen ihr gesammelt habt. Wenn ihr bis zum Ende drangeblieben seid, dann nutzten wir mal den Hashtag Drangeblieben. Ja, haut das einfach mal raus. Es würde mich interessieren, wer wirklich bis zum Ende durchgehalten hat und wer Bock hatte oder wer was gelernt hat. Ja, kann sagen, ich bin schlauer geworden oder sowas. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn das Ganze ein bisschen Reichweite kriegt. Ansonsten warten noch sehr viele Videos auf euch. Ja, ich höre auf zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert gerne, lasst mich das wissen, ob es cool wäre oder nicht. Und dann bis bald im nächsten Video. Hör anjungs, peace.